Ich will jetzt den neunten Spieltag der Bundesliga und es geht los mit Hoffenheim gegen Bremen. Bremen hat jetzt das letzte Spiel mit 5 zu 1 gewonnen, das war ein sehr starkes Spiel von denen. Und ich denke dann, Hoffenheim ist auch wieder ein schlagbarer Gegner, es wird jetzt nicht so hoch, aber ein 1 zu 2 ist dann glaube ich ganz realistisch. Leverkusen gegen Schalke, beide Mannschaften haben glaube ich auch erst ein Saisonsieg nach 8 Spielen, das ist von beiden sehr enttäuschend. Vor allem natürlich von Leverkusen, weil von dem erwartet man natürlich viel mehr. Hier bei dem Spiel glaube ich wird es ziemlich ausgeglichen sein und im Endeffekt auch bei einem 1 zu 1 bleiben, also Punkte, Trennung, keiner kann hier den Sieg mitnehmen. Mainz gegen Leipzig, Leipzig ist aktuell wieder ein bisschen besser in Form, haben jetzt die letzten Spieltag in der Bundesliga gewonnen, haben auch in der Champions League gewonnen. Ich glaube Mainz ist da auch schlagbar, die gewinnen mit einem 0 zu 2. Bochum gegen Frankfurt, da wird es auch glaube ich für Bochum wieder schwierig einen Punkt mitzunehmen, haben erst einen Punkt diese Saison geholt und Frankfurt hat jetzt den Tabellenführer Union Berlin geschlagen. Deswegen glaube ich, Frankfurt ist gut in Form aktuell, das wird ein 0 zu 3 für Frankfurt. Augsburg gegen Wolfsburg, das ist glaube ich ein ziemlich interessantes Spiel, weil beide sind eher weiter unten drin, können trotzdem vielleicht ein paar Tore schießen. Da glaube ich sogar eher Wolfsburg ist offensiv ein bisschen stärker, Augsburg eher defensiv, deswegen glaube ich wird es ein 0 zu 1 für Wolfsburg. Gladbach gegen Köln ist glaube ich sogar irgendwie ein Derby, bin ich mir nicht ganz sicher. Gladbach hat das letzte Spiel aber mit, wie gesagt, 5 zu 1 verloren und Köln hat Dortmund geschlagen, deswegen, ne ich kann das auch Köln wieder machen mit einem 1 zu 2. Hertha gegen Freiburg, Hertha ist weit unten drin und Freiburg ist Tabellenzweiter, ich glaube das müsste eigentlich ein langes Spiel für Freiburg werden. Werden ein paar Tore machen können, das wird ein 3 zu 1. Stuttgart gegen Union, Union ist immer noch Tabellenführer, wo sie jetzt verloren haben und ich glaube Stuttgart ist deutlich schwächer als Frankfurt, deswegen müsste das Union eigentlich auch machen können hier mal wieder ein Sieg mitzunehmen. Es wird glaube ich wohl noch die Saison ein bisschen bergab gehen für Union, also dass sie sich halt wieder ein bisschen einpendeln, aber jetzt ist nochmal ein Sieg drin, ein 0 zu 2. Und natürlich das Topspiel, Dortmund gegen Bayern, ich bin da sogar im Stadion. Ich hoffe natürlich, dass es Dortmund gewinnen kann, haben jetzt in der Champions League mit 4 zu 1 gewonnen, Bayern zwar mit einem 5 zu 0, aber Dortmund hatte ich glaube, hatten glaube ich auch eher einen stärkeren Gegner. Deswegen würde ich sagen, dass Dortmund hier gewinnen kann mit vielen Toren und es wird ein 3 zu 2. So, das war es mit dieser Prognose, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dann, ciao.